Mein Name ist Michael Gerling, ich bin Geschäftsführer des EHI Retail Institute. Wir sind seit 2021 zusammen mit dem HDE Partner in der Ausrichtung des Handelskongresses Deutschland und ich möchte Sie einladen am 16. und 17. November diesen Jahres dabei zu sein. Shaping the Future, Handel macht Zukunft, innovativ, nachhaltig, wertschätzend. Das ist unser Motto in diesem Jahr und wir werden wieder die gesamte Branche zusammenbringen. Wir werden über Innovationen reden, über die Zukunft von Geschäften, wie wir sie gestalten werden, über den Onlinehandel und darüber, wie wir Online und Geschäfte zusammenbringen. Wir werden über Nachhaltigkeit sprechen, ein wichtiges Das-Thema in den nächsten Jahren. Der Handel wird einen großen Beitrag leisten können, um die Klimaziele zu erreichen, im Energiemanagement, im Materialmanagement und natürlich mit der Ware selbst und wertschätzend. Ja, wertschätzend gegenüber unseren Mitarbeitenden und natürlich gegenüber unseren Kunden und Partnern. Diese Themen werden wir ausführlich diskutieren mit hochrangigen Vertretern des Handels, der Partner des Handels und natürlich der gesamten Politik. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie am 16. und 17. November in Berlin dabei sein können.